Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft MMM mit Kishi, Freddy und immer noch Jörg. Und ich hab Kishi grad umgebracht. Ja. Und ich hab rausgefunden, dass er unnötige Sachen dabei hat, für die ich ihn umbringen sollte. Ja, Diamantzeug, das haben meine Zuschauer im letzten Part schon gesehen. Alter, ich mein, Kishi baut sich so Diamantschaufel und Diamantschwert und Diamantschwert. Und ich hab mir erst im siebten Tag, nee, wann haben wir sonst ein Diamantschwert gebaut? Ich hab noch nichts anderes, ich arbeite nur mit einer Steinschaufel. Ja, schlägt mich auch nochmal, ey. Mit einer Steinhau. Hast du gut gemacht. Das ist immerhin kein Diamantschwert. Ich hab mit einem Diamantschwert hab ich ihn kaputt gehauen. Ja, kein Wunder. Ähm, was man bei mir im letzten Part ja nicht gesehen hat. Ich mache nicht kein Diamantschaufel, das ist das... Die macht man sich nur, wenn man Level 30 Enchantment hat. Und dann entscheiden kann, was man drauf enchantet, nämlich Unbreak, äh, 50 Millionen. Kann man das entscheiden? Bei, äh, Enchant Me Mod kann man das entscheiden, ja. Ja, Mod. Ja, so nicht. Logisch. Na, ich hab's nicht geschafft, schade. Ach ja, ich glaube ich geh nochmal in den Nether und gucken, was ich da noch alles finde. Ob ich da wie ne Dings, äh, finde genug Essen hab ich. Fackeln, war ja noch, stimmt. Mach das mal, ich farm grad wieder zwei Bäume ab. Eine Diamantschaufel. Ja. Wenn, dann schon alles Diamant. Ich mein, ich hab gerade mal ne Eisenachst. Wenn denn richtig. Das, das, das Schlimmste war noch in unserem alten, äh, Minecraft Let's Play. Ja, ich hab ein Diamantschuh gemacht. Ich, ich hätte dich am liebsten dafür dauerhaft getötet. Ja, kann ich verstehen. Ja, das war schon gut. Ich hab's als Player geguckt. Also, ich hab übrigens 120 FPS bei der Aufnahme. Ja, und? Willst du jetzt dafür irgendwie ein Achievement? Jetzt sind's 90. Ich frag mich nur, wie das überhaupt möglich ist. Das sind immer noch viel mehr, als ich jemals haben werde. Eben. Na gut, du spielst Vanilla. Freddy hätte auch so viel. Okay, ja, gut. Freddy hätte mehr. Also, ich hätte, ohne mein, ohne mein Shader hätte ich 300 FPS mit Optifine. Mit Aufnahme. Ja. Also, 200 bis 300 schwankt immer so hin und her. Äh, ich hab ja noch den Anfang von dem Part, äh, gemacht gehabt und dann unterbrochen. Falls, die Leute, für die Leute, die sich fragen, wo ich hinwinde, ich hab kurz, äh, meine Freundin mit Autofrennung. Das fragt sich niemand. Ja, stimmt, ich hab keine Ahnung. Ich denk, euer Auto ist im Arsch. Es war im Arsch. Was waren daran kaputt? Auspuff war abgefallen. Oh mein Gott, so schlimm. Also, nein, nicht abgefallen, er war durchgerostet. Oh mein Gott, so schlimm. Bisschen Tesafilm drauf, Kishi. Ja, das wär schön gewesen. Der Typ, der uns das repariert hat, der war dann da runter, hat das ein bisschen angetippt und ihm ist das ganze Rohr entgegengekommen. Kishi, ich bin in einer Kfz-Familie groß geworden, okay? Ich weiß, wie man sowas repariert. Alter! Ich brauch grad jeden Bock bei einem Arsch. Hey, hey, hey. Kurze Frage an Jörg. Wo war die Netherfestung, deiner Meinung nach? Wo saß da noch aus? Weißt du das noch? Ähm, minus... Moment, ich scroll grad hoch. Hat er geschrieben, oder nicht? Ja, hat er geschrieben. Ich guck grad nochmal. Minus 438 plus 3. Ich glaub, plus 3 heißt, dass ich ihn dir richtet muss. Einmal. Hauptsache, er schreibt's wirklich nochmal. Ja, hätt's mir auch sagen können, aber er hätte kein Mikro, weil Kirschi ihm keins kauft. Aber Kirschi kann sich Diamantsachen machen. Ich mein, Kirschi, hättest du mir die Reise nach Bayern bezahlt, wär ich echt dahin gekommen und hätt dir das Auto heile gemacht. Ja, aber das hätten wir uns nicht leisten können. Außer man hättest, glaub ich, nach Bayern gemusst, du hättest, äh, Dinge gemusst. Ähm, nach, äh, wie heißt denn dieses scheiß Dorf? Wir sind in der Nähe von Schwede, oder? Wie sie bis zu uns nicht besuchen gekommen sind, das ist voll in der Nähe. In, er ist eigentlich schon ziemlich weit weg. Ich weiß. Lass mich doch mal ein bisschen Kirschi mobben. Achso. Mach ich gerne, mach Spaß. Ja, ich mob den. Ähm, was man bei mir nicht mehr gesehen hat, ist, dass ich diese Treppe gebaut hab. Diese Wendeltreppe. Und ich glaub auch das Dach hier. Also ich weiß nicht, was man noch alles gesehen hat. Ich hab mein letztes Level verloren. Ich will ein. Ich will mal kurz die Koordinaten hier aufschreiben, wo ich hin muss wieder. Auflebt 8 oder 9 oder so. Minus 438 plus 3. Nein, 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 die, wo ich wieder hin muss, wenn ich wieder zurück will. Plus 800, äh, minus 800, minus 600. Nein, minus 228. Achso. Sorry. Minus 28, ich kann sich nicht lesen, minus 116 oder so, geht schon. Hauptsache, die Zahlen alle im Kopf oder so? Welche? Ja, also die Zahlen für alles Mögliche. Oder ist er auch gerade im Neta? Nee. Er hat mir doch nur die, ich hab, ich hab mir das gerade selber geschrieben, damit ich wieder... Achso. Okay, sorry. Aber Jörg weiß das bestimmt auch so, der ist ein Profi da drin. Der macht das Hauptberuf nicht. 100% Ein Snather würde ich aber auch gern mal. Nein, Kirschi, das ist nix für dich. Ernsthaft, das ist nix für dein Haus fertig. Ich kann mein Haus nicht fertig bauen, ich kann keine Dächer auch. Freddy, baue du dein Haus fertig. Willst du mich fahrstuhlst, einfach nur Treppen setzen. Äh, nein, ich mach das Dach für Kirschi, weil es in der Stadt angepasst wird. Übrigens, ähm... Dunkle Eichenbäume verlieren Äpfel. Jörg, wusstest du schon, dass Eichen Äpfel als Früchte haben? Als Scheinfrüchte, Entschuldigung. Als Scheinfrüchte haben. Das ist mir neu. Ist aber bestimmt schon gärtnerisch gewie... Gewiesen. Ja, die sind lecker. Eichenäpfel. Neu. Bei Hohmann. Hab ich jetzt gerade Schleichwerbung gemacht? Scheiße. Sorry, wollte ich nicht. Scheiß auf Schleichwerbung. Okay, ich mach direkt auf den Weg. Was ist dieses Hohmann überhaupt, in dem du redest? Hohmann ist, glaub ich, ne Milchsorte oder so. Weiß ich nicht genau. Ich mach einfach Werbung für irgendwas. Oh, ich hab kein Holz mehr. Ach doch, noch ein 64er Stack. Oh, das geht ja drüber noch. Mein gesamtes Haus ist übrigens aus dunklem Eichenholz. Was ein bisschen teuer ist, auf die Dauer. Geht voll. Geht voll. Kostet mich immer wieder ein 64er Stack. Ich weiß nicht, wie oft ich die Bäume inzwischen abgefällt hab. Ich hab wieder Nether Quartz. Ich find sowieso nie wieder zurück. Ne, tust du auch nicht. Man kriegt hier übertrieben viele Erfahrungspunkte für Nether Quartz, fällt mir auf. Normal. Ich bin nicht schon wieder Level 11. Ihm war ich nur Level 5 oder so. Man, der will überhaupt durch sowas schneller als durch, ähm, töten. Was zum... Mein Minecraft hat sich gerade verbuggt. Schon wieder? Jetzt nicht mehr. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das war nur ein kurzer Bug, ich hing an der Tür fest. Achso. Der Shader ist echt schlimm mit der Dunkelheit, ey. Es ist übrigens Nacht. Kann jeder von euch schlafen? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Kein Stück. Du bist in einer anderen Dimension, dann ist es egal. Wirklich? Ja. Natürlich. Weißt du, was passiert, wenn du näher schlafen gehst? Explosiert das Bett, oder? Ja. Schade, ich wollte... Nein, wenn du reingehst. Boom. Ey, hier kannst du schlafen? Das wäre echt Tutti von dir. Ich bin auch gerade. Liege. Okay, ich jetzt auch. Liege. Trage. Bett. Danke. Cool. Ähm, dann nehmen wir auch gut Planks. Äh, Glowstone brauchen wir, sagt er. Ich hab das viel interpretiert. Ja, ganz viel. Dann, Button. Alter, man hau es nur richtig vorn, Mann. So lange... Kann man eigentlich aus Steinen solche Buttons machen, die Türen öffnen? Ja. Ja. Okay, gut. Aber es heißt Bruton, bitte. Bruton. Tut mir leid, ich hab so ein Schuss. Es heißt so TAPON und nicht TANGPONG. TANGPONG. TANGPONG, genau. TANGPONG. 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 Das ist Französisch für scharf. TANGPONG ist so für scharf, genau. TANGPONG. Nein, nicht TANGPONG, TAPON. Sie können das nicht aussprechen, ihr seid so ungebildet. Meinst du so wie du? Achso, ja, sorry. Sorry, dass ich Fachabi mache. Ich mach schon ein richtiges Abi, sorry. Nein, du musst kein richtiges Abi, du machst Fachabi. Fachabi mir auch bald. Ich mach mal einen Scheiß-Button. Gishy, guck mal. Gishy, guck mal. Äh, wohin? Seid ihr in der Mine? Das werde ich als Nein? Ich bin in einem... Was zum... Hier ist ein rotes... Ist TAPON... ...rot gefärbt? Ja, es hat momentan, weißt du, die kritische Woche ist. Ja, ich... Ich merk's. Warte, ich möchte mir auch mal unseren Tampon angucken. Nein, 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 ah, fuck. Tampon hat Jörg, äh, schön den Arsch hingestreckt. Ich möchte übrigens, ähm, noch was mit Tampon machen. Hallo Jörg. Was? Oh, scheiße, ich bin in Lava gefallen. Oh. Freddy, deine Sachen. Ich, ich, Schiff? Ja, ich wollte wissen. Du musst einfach nur rauskommen, dann rettest du... Wie kann man Buttons machen? Ich war komplett im Lava. Oh! Jörg, Creeper, Creeper, Creeper hinter dir, hinter die Creeper. Oh, fuck. Der ist grad, der ist grad direkt am Lagerhaus vorbeigelaufen. Fuck, ich hab mich todeserschreckt. Sind alle Sachen weg, Freddy? Ja, ich bin, ich bin... Ich hab Schiff gedrückt gehalten und ich bin trotzdem von der Kante abgerutscht. Das ist alles falsch. Ähm, ne. So, was hab ich verloren. Close down. Mich würde interessieren, wie man Stein-Buttons macht. Allgemein-Buttons. Einfach einen Stein hin. Einfach einen, einen Stein rein. Einen, äh, Cleanstone. Ach, Cleanstone braucht man dafür. Ach, so. Klar. Das ist grad einiges. Dann mal Stein wäre es ja langweilig. Stein. 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 Oh, mit anderen Stein wäre es ja langweilig. Was? Ja, YOLO. Nur eine Diamantspizzacke noch. Ich kniebe in diesem Scheiß nether. Ich glaub, ich bin der Einzige, der bisher nur ein Diamantspizzacke hat. Ja, ich mein Diamantspizzacke halt einfach übertrieben praktisch. Fertig bewertet dich in den Nether. Das ist ne gute Idee. Jörg ist gut. Das heißt, wenn man doch kein Glowstone ist. Ja, aber ich will da nicht nochmal rein. Ich hab da jetzt alles verloren. Ich hab erstmal Angst davor. Ich glaub, ich bleib dem Nether erstmal fern. Ja, gute Idee. Vor allem, wenn du irgendwas dabei hast. Ja, das meinte ich. Du weißt, was mit dir passiert. Hm. Das einzige, was ich ins Nether mitnehme, ist eine Eisenspizzacke und ein Diamantschwert maximal noch. Dein Lebenswillen. Wenn ich da jemals hingehe. Was? Du nimmst nur deinen Lebenswillen mit. Den kannst du gerne verlieren. Den hast du schon lange verloren. Hahaha. Schwarz-Rumor ist gut. In meiner Kiste, in meinem Haus noch 4 Dias. Ja, ich hab mir einfach die Dias, wir haben ja noch 20 Dias im Lagerhaus liegen. Scheiße, man, Alter. Ja. Ich bin verdammt in Lavasee gefallen. Der Lavasee ist aber komplett klar, nicht so wie ein normaler Minecraft. Also, mit Optifal, nur mit dem Schwerer, keiner. Ich konnte durch den kompletten Lavasee gucken. Hä? Das ist cool, das sieht aus wie eine Klingel. Ich bin in Lavasee gefallen. Und, weißt du? Ja. Und normalerweise sieht man da ja nur Lava. Ja. Und ich hab das so gesehen, als wär ich unter Wasser. Also, ich konnte durch die ganze See gucken. Mir fällt erst auf, dass du Batman bist. Du bist richtig schnell. Ich hab da noch ne neue Rüstung. Hab mir ja noch kein Eisen. Ne, ne, wir haben kein Eisen mehr. Du musst dir unbedingt ne Diamantrüstung jetzt bauen. Okay, sorry. Ja. Mal mal schnell. Ich mach bei dir Mann Schuhe, ne Goldhose. Och, Kishi. Also, ich sollte dich dafür verprügeln, auch nachträglich. Ist das hoch genug? Ja, das ist hoch genug. Ich hab da noch ne Laterne hingestellt. Freddy. Das sieht gut aus. Ich weiß, dass das gut aussieht, deshalb mach ich's ja. Jetzt kommt noch eine hier. Ja, tut mir leid, dass ich dir ein Kompliment geben wollte. Ja, muss es dir auch. Das ist sehr verletzend für ihn, bitte entschuldigt dafür, Kishi. Ja, es tut mir leid. Alter, ich back mich. Ich back in den Zaunfall. Ich hab einen Zaunfall ungewollt bekommen, das wollte ich nicht. Hier auch nochmal Sticks. Eigentlich wolltest du das. Eigentlich wollte ich das. Moment, nein, wollte ich nicht. Scheiße, man, Alter. Alles verbrannt. Mein Level 30 Schwert. Das ist Schatz. Fuck. Warte mal, hier. Und das ist nur ein Shift und ein Bind der Taste ist. Hier lass ich die Fackeln mal. Also, bei den Kies wegen lassen wir die Fackeln mal. Wir beleuchten sozusagen nur die Stadt. Ja, aber ich würd sagen, dass wir den Weg dann, wenn wir den Marktplatz auch noch fertig bauen, auch noch zu Dings machen. Ja, machen wir. Machen wir. Und, ähm. Äh, ich würd doch nicht so... Die Fackeln so direkt hier nebenmachen, weil sie so hässlich aus, weißt du? So hattest du's gemacht, ich hab nur wieder hingebaut. Ähm. Ja, ich hatte das hier aber nicht gemacht. Ich hab den genau dahin gebaut, wo war. Ernsthaft Freddy, ich hab den einfach nur genau dahingestellt, wo war. Ähm, Leute, das ist hier Land abgestorben? Hier ist irgendwie brauner. Wo bist du? Wo bist du? Du bist wahrscheinlich im Sumpf. Ja, das ist der Sumpf. Ach so. Das ist Sumpf-Kisch. Der Kieschen-Richtier-Fuchs heute. Ja, ne, ich hab Minecraft so lange nicht mehr gespielt, ich kenn keins der neuen Updates. Sumpf ist todesalt! Ja, du... Ich hab... Da haben wir sogar noch ne Speck als Sumpf gehabt. Das ist echt? Ja klar, Sumpf ist todesalt. Wir haben zwar keinen Sinn, ich glaub wir haben doch nen Sumpf, wir waren sogar beim Sumpf mal. Sicher? Ja, 100%. Hinter uns auf Ausland. Wir waren so ein dunkleres Gebiet Sumpf. Dann bin ich viel, viel, viel zu vergesslich. Viel zu blind. Ähm, ich wollt grad irgendwas machen. Ich wollte mir essen wollen. Das wollte ich machen. Ähm... Ich vergesse, was ich machen wollte. Ach ja, Drops... Ich wollt erst mal ein bisschen ausräumen. Es wird ruhig schon wieder Nacht. Bauen wir halt. Ja. Nein, das ist doch todesfrüh. Ach ne, es ist 5, ja. Wo seht die das? Hör die Musik. Ich bin im Nähter. Okay. Icke. Nicht dick. Werkzeug... Oh, wir haben zwei Flintenstil. Nein, Freddy. Geh weiter rein. Was? Flintenstil? Nein. Kishi! Nein. Was? Du Brustampor! Gaaah! Lass das Schaf in Ruhe! Ich hab das bloß reingeschoben, weil ich... Mach das nochmal. Es kann da nicht raus. Sicher? Ja. Ja! Alter, dieses Schaf steht seit 27 Folgen hier drin. Seit 27... Du hast es einmal setzt, das weiß ich ganz genau. Hab ich Milch. Nalo? Das kannst du mir nicht beweisen. Hier, Ishii. Ja? Es ist ein Tapon. Ishii? Ja, es ist ein Tapon. Guck in meine Hand. Guck in meine Hand. Cool. Möchtest du das? Glaubst du was auch? Ja, ich bin aber schneller als du. Naja, das stimmt. Wollen wir das ausprobieren? Nicht unbedingt, ne. Gut. Ich hätte momentan ein bisschen mehr zu verdienen als du. Du bist eh schwarz. Von daher, was hast du mir zu sagen? Freddy's Batman, der hat mir was zu sagen. Aber du bist schwarz. Du... hältst... deine Wichsschnauze. Rassismus. Der Neger... steckt dir gleich mal seinen Schwanz ins Maul. Oh Gott, nein. Ich will nicht ersticken. Gut. Das ist ein bisschen... Ich bin in der Festung. Wie bist du so schnell gekommen? Wie bist du so schnell gekommen? Jetzt ist Jörg Mann, ne? Ja, ich geh jetzt. Ich bin in der Wüste. Ich geh mal kurz alt, bin in der Wüste. Bin dir da? Was? Ja, man denkt so... Der war doch gar nicht weg. Wieso ist der... Ich geh jetzt auch wieder näher. Das ist eine Herausforderung. Okay, mach das. Ich glaub du stirbst. Ich weiß gar nicht wie lange mein Park geht. Geht der Teil überhaupt noch? Also ne? Keine Ahnung, aber ich glaub die Folge sollte jetzt langsam mal lange genug sein. Nein, wir haben noch 4 Minuten. Okay, na dann. Dann... Also ich hab noch 4 Minuten. Ich hab noch... mir egal. Waffen. Du hast ja erst später angefangen. Ja, das Goldschwert ist übrigens auch noch da. Freddy, da ist ein Goldschwert. Ja, ich hab neu schon bekommen. Ach so. Jörg, wo muss ich lang? Wo bist du langgegangen? Ich bin jetzt bei dem Steingang. Jörg, hol ihn mal bitte ab. Ich bin nicht hier rum. Ist, glaub ich, sicherer für uns alle. Was wollte ich denn holen? Ach ja! Holz! Mann, ich bin... Ah! Ich wollte auch mehr Holz holen. Ich hol mir aber gleich einen ganzen Stack. Einen ungeringerten Stack. Ach, da ist Tampon. Wow! Du hast das verdient. Am Ende von ihm auch noch okay. Du bist schwarz. Du hast... Ja. Das muss ich glaub ich nicht äußern. Kishi? Du bist trotzdem schwarz! Soll ich ihm was zeigen? Oh mein Gott! Ich bin mega! Eww! Oh Gott! Ich möchte eigentlich eine Goldrüstung anlegen. Ich geb's dir auch Chicken. Ich müsste eigentlich eine Goldrüstung anlegen. Ja, gib mir mal bitte Chicken. Ich hab nur noch 4. Ich hab nur noch 4 Steak. Oben lang. Bring's mir in mein Haus. Ich bin Rich Nigger. Rich Nigger. Bist du Ice Cube? Rich Nigger, Rich Nigger. Der ich dich hier überall facke, weil ich hier auch überall schon welche gesetzt habe. Ja, aber ich denke mal Tupac ist auch recht rich. Das war nicht was ich wollte. Stimmt, du wolltest einen schwarzen Schwanz im Mund. Oh Gott. Du gehst richtig. Okay, das ist gut zu wissen, Freddy, oder? Oh, er weiß das. Ich richtig gehe. Hat Jörg dir gerade geschrieben. Ja, aber wo weiß er das? Wahrscheinlich beobachtet er dich. Er ist Jörg, er weiß das. Warte. Rich Nigger, Nigger. Da sind Schweinebärmenschen. Es ist übrigens nicht rassistisch Neger zu sagen. Neger ist abgewandelt von Negro und Negro heißt dunkel oder schwarz. Moment mal, ich bin doch nicht irgendwo rausgekommen. Das weiß man als Gärtner. Okay. Wie weit nach unten etwa? Ich hab Angst, dass ich im Lavasee rauskomme. Das macht Jörg bestimmt extra so. Haha, ich bring dir den Lavasee. Ich würde mich totlachen, wenn er das machen würde. Dann müsst ihr auch mal, als ihr Mann Spezialgeverlierer. Ähm. Wo ist eigentlich... Ich hab's zu lange nicht montiert. Wie kommt man ins Lava? Ja. Durch das Niederportal. In der Mine. Achso, wir haben in der Minium Portal. Cool. Überlebe ich den Sprung nach da unten? Ich lebe es nicht. Ich will es nicht riskieren. Nein, Freddy, du riskierst es nicht. Jolo? Das ist eine ganz blöde Idee. Die hat Gott sich hoch. Okay, das hilft mir schon. Okay. So, wenn da... Es ist übrigens Nacht. Äh, Kishi, kannst du schlafen? What? Ja. Gut, dann geh mal bitte. Das ist irgendwie so ein bisschen doof, so. So. Du musst dir mal mein Haus angucken. Äh, ich verlaufe mich jetzt schon. Liegst du? Äh, ich komme gleich. Kishi, leg dich hin! Ja, ja, jetzt! Ah, das ist fett. So, ich liege. Kishi bräuchte eigentlich nen Neger-Skin. Gott, nein! Hinspring ist da. Hast du meine erste Folge... Nein, meine zweite Folge geguckt? Dann wüsstest du, warum ich nen Neger-Skin habe. Kleber von meinem Haus! Dann geh nicht raus. Wow! 3 HP verloren. Ich bin vom Dach gefallen. Ich sehe keinen Lohn. Doch, da vorne. Don't fuck up my house. Ja, hallo! Geil! Dann können wir bald nen Blaze... Nein, der zweite Creeper! Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ach, und das Haus ist weg. Ernsthaft? Ja. Hab ich dich gerade gehause? Siehst du, sie sieht nen ganzer Pratt von mir aus. Ich seh nicht, das ist so dunkel. Ich seh dunkel. Ich seh dunkel. Ach ne, meine Scheiben. Ich bring dir neuer. Was bist du denn? Wie viele brauchst du? Da ist noch nen Creeper, pass auf. Was ist jetzt live? Hallo Morgan, was ist live? Der macht Feuerschaden, pass auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 scheiben. Da ist nen dreckiger Creeper, den fick ich jetzt erstmal. Das ist echt nicht zu fassen ey. Ich hab ihn fast getötet. Ich bin froh, dass ich nicht dabei drauf gegangen bin. Ich darf nicht dabei drauf gehen. Ich bin froh, dass ich überlebt hab bei meinem Haus. Wie viele Scheiben brauchst du? Sechs. Warte, wo bist du? Ich bin jetzt gerade im oberen Stockwerk. Ich hab Magma-Creme, natürlich. Wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Ja, ich war ne Weile nicht mehr da. Warst du überhaupt schon mal da? Jaaa, einmal. Dann stand ich auf deiner Veranda. Ja, inzwischen hat's zwei Stockwerke mehr und... Mh, ist verwirrend. Ja, das will ich sehen. Dann komm her. Wahrscheinlich verlaufe ich mich in deinem Haus und... Du musst von der Tür links, die erste Treppe hoch, dann nochmal links, hinter so einer Wand ist noch eine Treppe. Nicht mehr, ich kann mir das sagen. Treppe hoch. Wand. Da ist die Wand. Noch eine Treppe. Coole Treppe. Spendeltreppe halt, ne? Cool. Und jetzt kommt da noch ein Dach drauf. Oh. Und zwar mit dunklem Holz, mit richtig dunklem Holz. Das heißt, du ordnest es in Farben? Nee, eigentlich nicht. Hast du ein Spawner? Wo bist du denn? Ich hab dich verloren. Wie ist der Spawner? Du hast immer so schnell weg. Ähm, dann brauchst du eine Diamantspitzhacke mit... Ich weiß nicht, ob man die mit... Mit... Nicht mit Glück, mit Dingens abbauen kann. Ähm, ja, aber ich muss erst mal mein Part beenden. Wir sehen uns dann gleich wieder, Leute. Bis dann, ciao. Tschüss.